Herzlich willkommen zu täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Kalanta Wollny, die ja verhaftet wurde und die Staatsanwaltschaft nennt nun den Grund für den Haftbefehl. Und ich dachte, das wäre jetzt nochmal ein sehr spannendes Update. Wir haben ja alle so ein bisschen im Dunkeln getappt, was da jetzt los war. Und Kalanta Wollny hat anscheinend auch gelogen und ich habe das jetzt hier von euch zugeschickt bekommen, den Artikel. Also danke auch an die Leute, die hier mal mithelfen im Hintergrund. Und ich dachte, wir gehen das jetzt hier gemeinsam nochmal durch. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr an den Videos hier interessiert seid, ihr Gossip liebt und auch generell an dem Thema Wollny interessiert seid, dann bleibe ich natürlich auch in Zukunft weiterhin dran und berichte natürlich über die weiteren Updates. Ich würde jetzt sagen, wir fangen jetzt hier auch direkt mit dem Artikel an. Der ist bereits am Freitag, dem 9. Februar, also schon ein paar Tage alt. Allerdings gab es hier neue Informationen, die es jetzt bei anderen Artikeln nicht gab. Und Kalanta Wollny verhaftet, Staatsanwaltschaft nennt Grund für Haftbefehl. Von wegen Kaution. Warum die Polizei Rostock nach Kalanta Wollny suchte und was hinter ihrer Verhaftung und dem durch Silvia Wollny bezahlten Geld steckt. Ja und das, was man auch von der Bild oder vielen anderen erwartet, hat jetzt zumindest die Redaktion von der TV Movie hier für uns getan und sich so ein bisschen mehr reingekniet, was ich schon mal gut finde. Inhalt, die Wahrheit über Kalanta Wollnys Verhaftung. Gehen wir jetzt hier mal in den Artikel rein. Am Donnerstag, 8. Februar, sorgte ein rätselhafter Instagram-Beitrag für Aufsehen. In der Story von Kalanta Wollny war zu lesen, sie sei verhaftet worden. Wenige Stunden später folgte dann ein kurzes Statement, wie die 23-Jährige es selbst nannte. Ich bin wieder zu Hause, nachdem ich heute verhaftet wurde. Gründe bleiben privat. Hat meine Mutter die Kaution gezahlt. Die Verhaftung hat nichts mit meiner Familie zu tun. Ich werde mich erstmal zurückziehen. Dann warnte sich Kalanta Wollny sogar ganz direkt an Silvia Wollny, mit der sie sich in letzter Zeit heftig gestritten hatte. Ich danke dir für deine Unterstützung und dass du mich da rausgeholt hast mit drei Ausrufezeichen. Das werde ich dir nie vergessen mit drei Ausrufezeichen. Und es tut mir leid, was ich öffentlich über dich gesagt habe. Konkreter wird es hier erstmal nicht. Mal gucken, ob die das hier besser machen als die Bild. Die Wollny ist die Wahrheit über Kalanta Wollny ist Verhaftung. Man merkt, dass der ehemalige RTL2-Darstellerin wohl wirklich schon die Nerven flattern. Dass Mutter Silvia überraschend eingegriffen haben soll, um ihre ungnadegefallene Tochter für einen Gefängnisaufenthalt zu bewahren, können viele Followerinnen und Follower jedoch nicht recht glauben. Übrigens sehr schön, dass die nicht gendern, sondern einfach normal gendern wie früher. Follower, Followerinnen und Follower geht ja auch so. Ja, und bis jetzt sehr angenehm geschrieben, muss man ja auch mal loben heutzutage. Immerhin hat er sich Silvia kürzlich in einem Statement vehement gegen die Behauptung ihrer Tochter gestellt. Und seit wann ist es in Deutschland bitte üblich, Verdächtige gegen Hinterlegung einer Kaution freizubekommen? Da haben einige von euch auch kommentiert. Danke dafür unter den letzten Videos. Wir haben erst bei der Polizei und dann bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt und erfahren, was wirklich hinter der Verhaftung und der angeblichen Kautionszahlung durch Silvia Wollny steckte. Wie uns eine Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen am 9. Februar mitgeteilt hat, ging es bei Kalanther Wollnys Verhaftung um die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe. Es habe eine Verurteilung und eine Geldstrafe gegeben, die jedoch nicht bezahlt worden sei. Daraus sei der Haftbefehl resultiert, so die Speicherin. Und das wurde mir von einigen von euch auch gesagt, dass das so ein bisschen im Hintergrund vermutet wurde. Jetzt haben wir es ja aber schwarz auf weiß. Und jetzt kann ich auch die News für euch raushauen. Ich finde das immer besser. Ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, ob ihr das mit der Arbeit hier so besser findet. Ich würde aber definitiv sagen, dass man das erst rausposaunt, wenn es hier auch bestätigt wird und nicht sofort und welche Gerüchte streut. Also so will ich zumindest in Zukunft arbeiten. Aber ihr könnt trotzdem mal eure Meinung unten reinschreiben, ob ihr das so schätzt oder das blöd findet. Silvia Wollny zahlte keine Kaution für Kalanther Wollny, sondern eine offene Geldstrafe. Das klingt jetzt auch schon logischer. Dass es gestern bereits zu einer Verhaftung gekommen ist, konnte die Staatsanwaltschaft Rostock uns noch nicht bestätigen. Allerdings nur, weil so schnell noch keine Daten vorliegen. Gut also, dass Kalanther Wollny diese Aufgabe bereits übernommen hat und die Bevölkerung selbst via Instagram informierte. Dann geht es hier weiter. Die Geschichte von der Kaution, die Silvia Wollny bezahlt haben soll, stimmt nicht ganz. Sie scheint jedoch die rechtskräftige Geldstrafe auf Kalanther übernommen zu haben, die seit Anfang Februar nicht bezahlt wurde. Und ich habe noch viele andere Gerüchte über Kalanther Wollny jetzt auch gehört. Aber wie gesagt, das gehört jetzt hier alles nicht hin. Dennoch kriege ich vieles von euch zugeschickt. Auch über Silvia Wollny und die kompletten Wollny-Familie scheint in Neuss auch nicht unbedingt so beliebt zu sein. Da muss man auch ein bisschen rausfiltern, was stimmt da und was nicht. Das ist für mich auch immer ein bisschen schwierig. Andernfalls hätte Kalanther Wollny in den Knast gemusst und zwar für rund anderthalb Monate. Auch nicht ganz so kurz. Laut Staatsanwaltschaft wäre es andernfalls für 45 Tage in die JVA gegangen. Dass Menschen einer solchen Gefängnisstrafe durch Last-Minute-Zahlung des ausstehenden Geldbetrags durch Dritte entgehen, passiere relativ häufig. Immerhin finde ich auch gut, dass da die Mutter dann gesagt hat, das ist immer noch meine Tochter und dann zahre ich das. Die haben ja auch genug Knete. Die Wollnys sind jetzt nicht unbedingt arm. Und dann geht es hier weiter. Kalanther Wollny, Jeremy Pascal, Wollnys Anzeige nicht Verhaftungsgrund. Damit ist auch klar, Jeremy Pascal, Wollnys Anzeige gegen seine Schwester und die Verhaftung an Donnerstag stehen nicht im Zusammenhang. Genaue Hintergründe beispielsweise, wo Kalanther Wollny überhaupt verhaftet wurde, erfährst du hier. Ja, wenn euch das hier noch interessiert, kann ich auch gerne darüber nochmal ein separates Video machen. Wenn ihr möchtet, oder soll ich das sagen? Ich bringe es hier einfach noch mit rein. Solange geht das Video ja nicht. Ja, das ist hier Fanservice. Die ist jetzt hier vom Montag, dem 12. Februar. Die Wollnys keine Kaution, was Silvia Wollny wirklich für Kalanther zahlt. Also das war, denke ich, war nochmal fast das Ähnliche. Hin und her bei den Wollnys. Erst fetzten sich Silvia Wollny und Kalanther Wollny um die kleine Püppi. Jetzt soll Mama Kaution gestellt haben, wie es wirklich war. Dann geht es hier weiter. Über Wochen feuerte Kalanther Wollny gegen ihre Mutter. Konkret wird es hier aber auch nicht. Was ich schade finde, aber die drücken sich hier juristisch sehr clever aus. Man habe ihr Kind mittels falscher Versprechung weggenommen. So die 23er mittlerweile ist Katalea aber offiziell Silvia Wollnys Tochter. Denn wie bekannt wurde, hat sie Püppi, wie sie viel lieber nennt, adoptiert. Nachdem sich Kalanther mehrfach auf Instagram beklagt hatte, man verwehrte ihr den Kontakt zu Katalea und ihrer Mutter und dem Rest der Familie noch andere Vorwürfe gemacht hatte, reagierte Silvia Wollny endlich. Das ist jetzt so ein bisschen auch locker ausgedrückt. Für die Leute, die jetzt hier schon länger auf dem Kanal sind, und die wissen ja, was da für Vorwürfe im Raum standen, nur kurz. Es wurde von Kalanther Wollny behauptet. Für die Leute gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Aber dennoch habe ich es, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, als glaubhaft empfunden, hat Kalanther Wollny behauptet, dass Silvia Wollny wegsah und sich nicht drum gekümmert habe, als sie zum Beispiel vom Vater Dieter Wollny geschlagen wurde und auch von Jeremy Pascal Wollny sogar vergewaltigt worden ist. Oder zumindest wurde das so in den Raum geworfen. Ob das jetzt stimmt, wissen wir alle nicht. Dennoch sind das harte Vorwürfe. Kalanther Wollnys Verhaftung, was wirklich geschah, in einem eigenen Instagram-Statement erklärte die 59er am 20. Dezember 2023, habe sie die finanzielle Unterstützung eingestellt. Danach sei es bedauerlicherweise öffentlich in Unwahrheiten gekommen. Kalanther habe sich freiwillig entschlossen, aus diesem gemeinsamen Wollny-Domizil auszuziehen und das Kind dort zu lassen. Eine Nachricht, die sie uns hinterlassen hat, teilte sie uns mit, dass sie nicht bereit ist, Mama zu sein. Und weiter ist es wichtig zu sagen, dass niemand Kalanther den Umgang mit ihrem Kind verwehrt hat. Ich habe ihr immer versucht zu helfen, auch wenn die räumliche Entfernung von 600 Kilometern und ihre Uneinsichtigkeit in vielen Punkten einige Dinge erschwert haben. Und ja, das ist das Depp von Silvia Wollny. Da hatte ich auch ein eigenes Video zugemacht. Da könnt ihr euch auch gerne die anderen Videos anschauen. Ich möchte jetzt hier nicht alles dutzendfach wiederholen. Trag das hier aber weiter vor. Dann wurde Kalanther Wollny verhaftet, wie wir erfuhren. Allerdings nicht in Rostock, wo die Behörden nach ihr gesucht hatten, sondern in Neuss, ganz nah an Mama Silvia. Also mittlerweile ist sie wieder auf freiem Fuß. Und das liegt daran, dass Silvia Wollny den Geldhahn wieder aufgedreht hat. Warum wurde der wohl aufgedreht? Du Mäder bei die Backen, hier kriegst du wieder dein Geld. Wir machen ja schon bei RTL 2 weiter. Nichts ist passiert. Zumindest kommt das jetzt ein bisschen auf mich so rüber. Könnt ihr mal unten reinschreiben. Geld haben, wenn ihr das auch so seht. Das ist auch ein bisschen merkwürdig alles, oder? Ich bin wieder zu Hause, nachdem ich heute verhaftet wurde. Gründe bleiben privat. Hat meine Mutter die Kaution gezahlt. Die Verhaftung hat nichts mit meiner Familie zu tun, erklärte Kalanther noch am Abend. Gut, das haben wir eigentlich schon dutzendfach gelesen. Die Wollnys, Kalanther Wollny sollte 45 Tage ins Gefängnis. Dann griff Silvia Wollny ein, aber nicht durch Zahlung einer Kaution. Und das hatten wir hier alle schon. Sogar stimmt das mit der Sache mit der Kaution aber nicht. Während die Zahlen einer Ablösesumme nach Verhaftung in den USA gang und gäbe es, gibt es in Deutschland nämlich kein vergleichbares Kautionsmodell. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Rostock gegenüber TV Movie erklärte, war eine unbeglichene Geldstrafe nach einer Verurteilung der Grund für Kalanthers Verhaftung. Die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe hätte eigentlich dazu geführt, dass Kalanther Wollny für 45 Tage in den Knast gewandert wäre. Dann kam Silvia Wollny und zahlte Kalanthers offene Geldstrafe. Um welche Summe es sich genau handelte, ist uns nicht bekannt. Dann geht es hier immer noch weiter und sie siehe da, Geld hat viele Wunden. Dann Kalanther Wollny hat ihre Mutter wieder lieb. Auch hier ist ein bisschen Sarkasmus und Ironie rauszulesen. Ich danke dir für deine Unterstützung, das haben wir hier alles schon. Auch der Text neben der Bilderserie mit dem Texttafel hat sich verändert. Er stand dort, es ist nicht das Leben, was Menschen trennt, es ist das Fiese, die Scheinheiligkeit, der Egoismus und der fehlende Respekt. Familie kann man zwar sagen, aber Blut macht dich nicht. Zwar verwandt, aber Loyalität ist Familie und meine Tochter wird ihren Weg zurückführen. Das ist das Letzte, was ich zu diesem Thema sage. Die unmissverständliche Drohung an Silvia Wollny, ich hole mir Katalea zurück. Das sind jetzt hier nochmal die Dinge, die davor so passiert sind. Die ganzen schweren Vorwürfe ihres Statements sind hier genug thematisiert worden. Kalanta Wollny hat dann die Vorwürfe gelöscht und ist jetzt einige Schritte zurückgetreten. Und dennoch möchte ich es hier für die Leute, die vielleicht noch nicht die anderen Videos gesehen haben, hier nochmal vortragen. Kalanta Wollny löscht Vorwürfe gegen Silvia Wollny und entschuldigt sich. Jetzt hat Kalanta den Text geupdatet. Stattdessen heißt es nun in Bezug auf die Mutter, ich möchte mich noch einmal bei meiner Mama bedanken. Klammern Silvia Wollny, danke für deine Hilfe heute. Und ich möchte mich entschuldigen für das, was ich öffentlich über dich gesagt habe. Ich wollte dich nicht schlecht machen. Nur als ich sah, dass ihr Kontakt habt, habe ich mich in die Ecke getrieben gefühlt. Aber ich verstehe dich jetzt. Mit Kontakt meinen Sie die Annäherung zwischen Silvia Wollny und Jeremy Pascal Wollny. Warum gab es diese Annäherung? Aufgrund der schweren Vorwürfe von Kalanta. Dann geht es hier weiter. Wie es jetzt bei den Wollnys weitergeht, wird sich zeigen müssen. Eins ist jedoch sicher, Silvia Wollny wird nicht zulassen, dass man ihr die kleine Katalea Wollny wieder wegnimmt. Nach Jahren des Zusammenlebens ist das Kind mittlerweile wie ein eigenes Kind für Silvia. Und durch die Adoption ist Püppi rechtlich übrigens nicht mehr Silvia Wollny's Enkelin, sondern tatsächlich ihre Tochter, ja auch krass. Was Püppis Vater Mason dazu sagt, mit dem die Wollny-Rebellion nach eigenen Angaben nach wie vor zusammen ist, ist unbekannt. Auch sehr merkwürdig. Also ich würde als Vater sagen, das ist auch mein Kind. Und hätte da definitiv auf den Tisch gehauen, ja. Der langjährige Freund von Kalanta Wollny dürfte übrigens auch hinter der Meldung in Kalantas Story stecken, in der ihre Verhaftung in der dritten Person bekannt gegeben worden war. Ja, das war in der Tat so. Und ja, das sind jetzt hier erstmal die neuesten News. Ich dachte, das wäre jetzt hier nochmal als Update für euch sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ist hier brandaktuell das Ganze und bringt uns jetzt hier auch Antworten, was wirklich hinter den ganzen Dingen stand. Und Kalanta hat dort definitiv gelogen, beziehungsweise Dinge falsch verstanden. Manche verstehen auch mal was falsch. Sie ist auch erst 23. Ich meine, es ist jetzt auch nach wie vor gut mit ihr, weil sie halt schwere Vorwürfe in den Raum geworfen hat. Und wenn da was dran ist, ist das schon hart. Sollte sie allerdings gelogen haben, ist das natürlich auch das allerletzte. Weil, ja, das jetzt irgendwie so einen ganz komischen Beigeschmack hier hat. Ich sag nur Geld haben. Das soll es dann für heute gewesen sein. Lasst gerne ein paar Likes, ein paar Kommentare und auch ein kostenloses Abo da, wenn ihr solche Videos liebt und mögt. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder auch gerne vor der Kamera. Bis dann und ciao, ciao.